Dieses zu veräußernde gut gepflegte 4-Zimmer-Rhein-End-Haus steht in Rendscheid. 1987 wurde dieses 2-Etagen-Haus erbaut. Das Gebäude verfügt über einen Keller und einen Garagenparkplatz. Es hat 3 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 285 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 136 Quadratmetern auf. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 229.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.